Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde, herzlich willkommen zur Black Ops 3 Beta. Ich habe gerade gesehen, dass ich eine Einladung dafür habe, dementsprechend habe ich es direkt mal installiert und ich will es jetzt direkt mal ausprobieren. Ich dachte, ich nehme euch direkt mal mit, denn hier gibt es eine Neuerung, die direkt, wenn man den Mehrspieler startet, aufplöppt. Und ich habe absolut keine Ahnung, ich habe mich mit dem Spiel noch nicht beschäftigt. Deswegen machen wir es jetzt alles mal zusammen, um uns die Neuerungen gemeinsam anzugucken. Also, es gibt neun verschiedene Spezialisten im Spiel, die jeweils eine eigene Kennung haben. Klicken sie auf die... Ah, okay, guck mal hier. Das ist der Ruin-Schwerkraft-Stacheln. Stacheln, die eine exklusive Schockquelle erschaffen, wenn sie in den Boden gerammt werden, zerstören alle Feinde in direkter Umgebung. Ah, okay, geil, das sind also die verschiedenen Klassen. Jeder Spezialist hat eine einzigartige Waffe und Fähigkeit. Ah, der Outrider. Composite-Bogen, der Pfeile mit je nach Zugdauer steigender Reichweite verschießt. Feinde explodieren bei Kontakt. Oh, okay. So ein Bogenschützentyp. Profit. Laden sie einen Blitz auf, der Feinde durch einen Stromstoß eliminiert und dann auf andere Feinde überspringt. Springen sie in eine frühere Position zurück, während alles andere... LOL. Das ist nice. Battery. Kriegsmaschine und Panzerung. Ah, und die sind noch gesperrt. Okay, dann gibt es noch welche, die noch nicht... Wahrscheinlich ist so noch so ein Tantyp dabei und so weiter. Nehmen wir... Entweder nehmen wir den mit dem Bogen oder ich glaube, wir nehmen ihn hier. Den nehmen wir mal. Oder sollen wir den Composite-Typen nehmen? Der ist auch geil, wa? Impuls, der die Umgebung anpingt und alle Feinde in Reichweite anzeigt. Wir nehmen mal ihn. Ja. Oh. Was können wir denn hier machen? Können wir hier auch mal... Wir gucken uns direkt mal ganz kurz die Optionen an, auf was das hier automatisch eingestellt ist. Äh, wie gesagt, ich hab gerade erstmal hoch, 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 danke. Alles auf an. Ja, 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 ja. So. Übernehmen. So. Ich hoffe, es funktioniert jetzt trotzdem noch alles mit der Aufnahme. Ja, sieht aber gut aus. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir hier Identität. Oh. Wir können unsere Waffe lackieren, aber wir können das noch nicht. Schade. Spezialisten. Okay. Klassen-Editor. Oh, guck mal. Da können wir direkt mal... Wir haben noch keine Sachen freigeschaltet. Wir haben zwei Waffen. Die Ark und die Men-O-War. Boah. Okay. Sie haben keinen Freischalt-Token mehr. Achso, dafür muss ich jetzt aufsteigen. Ah, ich verstehe. Dann lasst uns das doch mal machen. Die Musik ist gerade ausgegangen, warum auch immer. Ich spiele... Ein Standard. Ähm. Wir machen mal Team Deathmatch. Das ging schnell. Ah, guck mal. Zweimal die Impulstypen, dreimal die Impulstypen. Oh, was geht los? Wir spielen... Oh, laut. Team Deathmatch. Oh. Oh. Auf den Feind. Laut. Laut. Ha. 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 Freunde, ich höre wieder was. So. Wie laut ist das? Laut. Egal, das passt. Oh Gott, die Maus-Sensitivität ist echt zum Kotzen. Wo habe ich denn jetzt? Wie komme ich jetzt an diesen coolen Bogen? Oh Gott. Jetzt muss ich mich dran gewöhnen, wieder Call of Duty zu spielen. Erledigt. Hm. Es hört sich an wie Call of Duty. Es sieht aber... Es sieht ein bisschen ranzig aus. Haha. Also es sieht ein bisschen... Altbacken aus. Speer erledigt. Ne? Also... Es ist klar, es sieht aus wie eh und je. Es sieht aus wie ein Call of Duty. Aber ein bisschen... Bisschen altbacken ist es schon. Oder? Was meint ihr? Da geht eindeutig mehr. Oh! Loll! Ich kann unter Wasser schießen. What the? Okay, das ist cool. Da war einer. Ich hab'n... Ich hab'n Jetpack. What the fuck? Da war irgendwo einer. Au! Okay. Triple Kill. Schade. Ist das der Raketenwerfer? Oh, der leckt aber schon mal einer gut durch die Gegend. Wow! Holy Macaroni! Scheiße! Die Überwachung ausgeschaltet. Es macht Laune, ja. Muss ich zugeben. Äh, lol. Kann ich nicht hoch? Wo ist denn meine... Ah, das ist meine Boost-Anzeige. Ah, okay. Muss mich hier erstmal ein bisschen... Ein bisschen zurechtfinden. Ich hab' gedacht, ich nehm' euch einfach mal direkt mit in die erste... In die erste Runde. Ähm. Damit wir auch direkt einen schönen Einstieg haben. Dann werden wir vielleicht auch noch ein paar Videos mehr machen, je nachdem. Ah, die lecken ein bisschen, ne? Oh. Okay, die Waffe war doof. Gebe ich zu. Die Waffe war doof. Ich bin aber auch noch kein Fan... Von dem Raketenwerfer. Huh. Wo ist denn der Waffenwechselknopf? Nice. Was denn Sperber? Drücken Sie die Kuh? Loll. Aha. Ich verstehe. Ich habe das Spielprinzip verstanden. Vor allem sende ich die ganze Zeit Töne. Warum sende ich die ganze Zeit Töne? Sprache. Sprach-Chat. So. Test, test. Ah, ähm. Perfekt. Warum auch immer der automatisch auf den Spracherkennungsmodus geschaltet hat. So war das nicht geplant. Es spielt sich schön flott. Also wenn man es richtig angeht. Lol. Fuck. Lol, da waren Leichenteile. W-what? Okay. Es gibt Leichenteile. Aufklärer ausgeschaltet. Schön in den Fuß gesch... ...geschossen. Wieso ist der Waffenwechsel immer auf dem Rad? Lol. Interessant Scharfschütze. Wo ist denn... Wo ist denn Messern? Ach, da ist Nahkampf. Okay. Boah. Klingt schon nice. Aber ich sage es immer wieder. Es sieht altbacken aus. Königsmörder da oben kann man nicht hin. Okay. Hab ihn erledigt. Gibt es hier auch Stats? Ja. Okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Oh, hinter uns. Lol. Okay, krass. Das ist diese besondere Klasse. Krass. Wirkt auch gar nicht stark oder so. Nein, nein, nein. Vielleicht kommt da ja noch einer. Na. Dieser Abgrund ist echt bescheuert. Ich feiere ihn nicht. Überhaupt so gar nicht. Nice. Wo ist der Scharfschütze? Granate. Bewegung, Bewegung. Ich will auch Granaten werfen. Lol. Wer schießt? Oh. Noob. Noob. So much noob. Nice. Ja, das ist schön für Drohne. Oh. Das war eine gute Streak. Die will ich mir jetzt nicht versauen. Bis wie viel geht das überhaupt? Lol. Scharfschütze. Hellstorm in Bereitschaft. Oh. Was ist das? Wie ruf ich die? Lol. Ich... Wie... Wie... Äh... Oh. Krass. Ja. Wie ruf ich denn die Hellstorm bitte? Der zweite Platz ist nichts wert. Vernichtet sie. Toll. Das funktioniert ja super, wenn man nicht weiß, welche Tast man drücken muss. Nächste Punkteserie. Vorherige Punkteserie. Benutzen. Ist das Punkteserie? Eins, zwei... Ah. Ah. Ich kann die durchschalten, aber ich weiß nicht, wie ich die aktiviere. Ich finde es schön, dass ich sie durchschalten kann. Grässliche Leistung, CDP. Kommt nach Hause. Für den Scheiß habe ich mich nicht gemeldet. Wir müssen klüger kämpfen. War doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, Lackshot. Ah, okay. Man sieht auch die... Die besten drei am Ende einer Runde. Okay. Ich würde trotzdem sehr gerne wissen, wie ich meine Punkteserie abrufe. Schöne Kamerafahrt nach oben. Aber die hätte ich jetzt gerne nicht. Sondern eine andere. Ja. Ah, guck mal da. Ah, guck mal hier. Was haben wir jetzt? Ach, Belohnungen. Die Arc. Ah, okay. Die Punkte. Okay. Dann können wir jetzt mal in den Editor gucken. Dann können wir doch jetzt eigentlich... ...das Reflexvisier da draufpacken. So. Und schnell ziehen können wir doch auch draufpacken, oder? So. Null Freischalttoken. Da haben wir immer noch. Warte mal. Können wir nicht hier... Okay. Die haben wir immer. Visiere bringt da nichts. Ah, okay. Schubdüsen zeigt einen Hinweis mit der Richtung... Alles klar. Gut. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch wissen. Nee. Hm. Egal. Ah, hier. Menü. Option. Tastatur. Interaktion. Benutzen. Nächste. Vorrede. Punkt. Wie wir sehen. Okay. Vier gegen vier. Huh. Geht los. Äh. Das ist unsere Klasse. So. Freunde. Genau. Ich spreng sowas von alle in die Hölle. Kannst du mir mal glauben. Auf sieh. Boah, ich hab richtig Bock auf das neue COD. Mega Laune. Wird geil, glaube ich. Also es wird COD. Man darf nicht zu viel erwarten. Weil COD ist COD. Lol. Okay, Raketenwerfer sind jetzt schon behindert. Das man auf eins und zwei nicht die Waffe wechselt, irritiert echtes Todes. Muss ich mal zugeben. Kann ich hier hoch? Sieht nicht so aus. Oh, boah. Holy. Der war gut geschossen. Der hat echt gut geschossen. Was wird das denn jetzt hier? Die erste Partie war auch so schön. So. Was soll denn das? Freunde, jetzt geht's los hier. Ziel am Boden. Feind am Boden. Nice. Oh, oh. Wo ist der? Ich höre sie ihn doch. Das ist mal ein Granätchen. Oh. Den hab ich gehört. Oh, lol. Ja, gut. Gegen zwei sehe ich dann doch relativ alt aus. Scheiße. Huh. Muss ich sagen, geht die auch mal hoch? Wo ist der Typ? Hier war doch einer. Wo ist der? Fuck. Ich sollte mir das Messer wieder angewöhnen. Feindliche Chroniker sind in der Zeit. Das ging schnell. Okay. Es fühlt sich einfach an wie ein COD. Lol. What the heck? Ich hab'n Bogen. Ich hab'n Bogen. Scheiße. Der Bogen ist geil. Der Bogen macht richtig Laune. Dann kann man nicht durch. Okay. Huh. Granate. Hm. Hat das einer gesehen? Ich hoffe nicht. Wie ist denn der Typ an der Wand gelaufen? Ich will das auch. Ach so. Scharfschütze. Runter. Geil. Au. Au. Der wird seinem hässlichen Bogen. Nein. Boah. 80 Milliarden Abzeichen. Geil. Ne. Huh. Was? Verbündete. Ui, ui, ui. Verbündete. Nice. Weggeholzt haben wir sie da. Huh. Drohne steht bereit. Fuck. Was haben wir jetzt? Wir haben wieder irgendwie... Ist die Drohne jetzt... Ne. Guck mal da. Wie setze ich hier jetzt die Drohne ein? Das war X. Auf irgendeiner blöden Taste muss man die doch einsetzen können. Ich versuche gerade rauszufinden, auf welcher. Ich hoffe, mir guckt gerade keiner zu. Aha. Die Sensoren erfassen das Ziel. Wie auch immer ich das getan habe. Scharfschütze. Profit vernichtet. Achseit. Drohnen Treibstoffkontrolle abgeschlossen. Sperrbar bereit. Huh. Fuh. Fuck. Hätte jetzt so schön sein können. Nice. Fuck. Ich dachte, da wäre noch einer gewesen. Boah, ist das geil. Wo ist der? Sehr schön. Sehr schön. Läuft doch. Huh. Huh. Hinter mir. Fuck. Oh Gott, das verlieren wir. Das verlieren wir. Nice. Vielleicht auch nicht. Ah, einer noch. Okay, das war sexy gespielt. Das war sexy gespielt. Dafür wurden wir nicht ausgebildet. Sie haben uns fertig gemacht. Sie haben uns fertig gemacht. Augenkrebs. Ja, das ist tatsächlich wahr. Ah, fuck. CoD ist einfach, es ist dasselbe wie immer. Es fühlt sich an wie eh und je. Und ob das so gut ist nach all der Zeit, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe immerhin den ersten Platz. 11 Abschlüsse. Kann man machen. Huh. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich bin ohne Erwartungen rangegangen und es macht auch Spaß. Aber sollte man nicht nach all den Jahren mal auch mal was Neues erwarten dürfen? Ich weiß es nicht. Aber na gut, wir sind Level 2. Das war es erstmal für diese Folge, damit ich mich noch rechtzeitig hochladen kann. Wenn es euch gefallen hat, oder beziehungsweise schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zu dem, was ihr jetzt gesehen habt, in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Also würde mich ausnahmsweise mal wirklich interessieren. Nicht so wie alle YouTuber das immer sagen. Ja, mich interessiert eure Meinung. Und ansonsten nehme ich nochmal eine Runde auf. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Also dann, macht's gut. Tschüss.